Der Knoten Der Mächtige Alexander Alexander, der vom Mächtigen Gott Apostel Vorsicht Apollo erleuchtete Alexander und verriet ihm, wie der Knoten Schlösen sah Papa 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 Zoller kehrt unser Waffen nach Rom zurück, um Ordnung herzustellen. Er verfügt, dass Unbeteiligte von ihm nichts zu befürchten haben. Aber jene, die sich gegen ihn verschworen haben, werden aufs Schwerste bestraft. Die Männer, deren Namen auf diesen Listen stehen, werden hiermit für rechtlos erklärt. Ihnen werden alle Bürgerrechte aberkannt. Wer ihrer Habhaft wird, darf sie augenblicklich töten. Jeder, dem es gelingt, einen von Zollers Feinden niederzuschrecken, gilt als Freund des Staates. Und er wird belohnt mit dem Vermögen und dem Grundbesitz, welches der Rechtslose hinterlässt. Er wagt das schwerste Verbrechen gegen unser Recht. Er wagt das gorgeous Verbrechen gegen unsere Verbrechen gegen unsere Verbrechen wieder. Er wagt er ein paar Alte. Er wagt er nicht. Er wagt es nicht. Er wagt es nicht. Er wagt er nicht. Mutter! Cornelia! Mutter! Wo ist meine Frau? Bei Zinner, ihrem Vater. Großmutter, die Soldaten kommen. Julia, bleib bei ihr. Sulla hat die Stadt mit seinem Heer eingenommen. Er hat Listen erstellt. Hunderte unserer Anhänger stehen darauf. Du auch? Nein, aber Cornelias Vater. Julia, bleib im Haus. Geh nicht! Vater, wo willst du hin? Ich hole deine Mutter. Wer da ist es, den ihr sucht? Ich hole dich. Ich hole dich. I hole dich. Ich hole dich. Ihr wisst es. Ja, du musst nicht brahen. Wozu soll ich fliehen? Ich kann doch eben so gut hier sterben. Bitte, geh, Vater. Sie hat recht, du musst fort von hier. Das sind ja. Bitte, flieh. Schnell, bitte. Schnell, reite jetzt. Cornelia, lauf nach Hause. Er hat, er hat Sinan geholfen zu entkommen. Nenn mir deinen Namen. Er lautet Cäsar. Aus dem Geschlecht der Julia. Festnehmen. Nein, nein, bitte nicht. Nein, nein, bitte nicht. Nein, nein, ich will nicht. Für jeden Herrscher ist es erstrebenswert, dass Frieden im Volk sei. Doch Frieden im Volk ist nur möglich, wenn es einen Senat hat, der es vertritt. Seit wann hat der Senat jemals das Volk vertreten? Sag, Cato, wieso steht dein Mund so offen? Du hast nichts zu befürchten. Du stehst nicht auf meiner Liste. Sulla, wenn ich auf deiner Liste stünde und es wäre zum Wohle Roms, würde ich mit Freude in den Tod gehen. Nun, wenn du das sagst, dann zweifle ich auch nicht daran, dass es dir ernst ist. Also, ich wiederhole, wann hat der Senat jemals das Volk vertreten? Nun, ich verlange, dass der Mann mit der einfachsten Herkunft mir darauf antwortet. Hm? Du? Du? Dann bin ich es also. Ich werde euch antworten. Ihr seid alle Aristokraten. Eure Füße haben nie die Erde nackt berührt und euer Arsch nie ein Pferd. Wie könnt ihr denn überhaupt Vertreter eines Volkes sein, mit dem die meisten von euch gar nichts gemein haben? Wir vertreten das Volk, indem wir seine Traditionen wahren. Wenn es fürchtet, du willst König werden. König? Hast du König gesagt? König? Was könnte ich mit dem Titel König erwerben, das ich nicht bereits habe? Auch dann, wenn das Volk wüsste, dass der Senat weiterhin zusammentritt, um dich zu beraten? Ja, ja, ja. Und das wird er auch. Das ist mein sönlichster Wunsch. Nun denn, ich wäre kein wahrer Freund des Volkes, würde ich jetzt nicht so gleich, wie soll ich sagen, ein volksnäheres Element in euren Rhein einführen. Kommt näher. Ihr werdet fortfahren, mich zu beraten und auch weiterhin darüber debattieren, was das Beste für das Volk ist. Aber meine Männer hier verbleiben bei euch und tragen dafür Sorge, dass die Entscheidungen, zu denen ihr gelangt, auch die richtigen sein werden. Aber ist das nicht wieder das römische Gesetz? Ich habe dieses Gesetz soeben geändert. Ich verstehe, ja. Aber bleibt für uns auch etwas von den alten Prinzipien übrig? Was Metellus meint, ist nicht, dass wir dich bitten würden, jemanden zu begnadigen, den du beschlossen hast, zu vernichten. Es würde nur beruhigend wirken, wenn du kundtun könntest, wen du zu verschonen beabsichtigst. Ach, komm, komm, Kato. Du weißt, wie Allianzen sich in unruhigen Zeiten ändern können. Nun, aber kannst du uns vielleicht sagen, wen du zu töten gedenkst? Nun, lass uns mit dir beginnen. Ich habe nur in Worte gefasst, was jeden hier von uns bewegt. Nun, ich kann unmöglich alle töten. Also werde ich folglich nur dich töten. Ich hebe das vielleicht wieder auf, aber vielleicht auch nicht. Ich lasse es dich nach dem Abendessen essen. Und um deiner Selbstwillen hoffe darauf, dass das Essen gut ist. Bist du Julius Cäsar? Ja. Vorwärts. Halt. Da lang. Ich will mit Sulla sprechen. Bitte. Nein. Ich will mit Sulla sprechen. Seit 30 Jahren bin ich Mitglied des Senats. Ich will mit Sulla sprechen, habe ich gesagt. Ich will mit Sulla. Die Männer werden sich um ihre Ämter neu bewerben müssen und das ist nicht verhandelbar. Wer ist das? Julius Cäsar. Ah, der Neffe des Marius. Du hast unglückselige Vorfahren. Wenn du es für unglückselig hältst, von den Göttern abzustammen? Und welcher Gott war das? Die Julia stammen von Aeneas ab, der... Dem Sohn der Venusar. Ja, 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 ja. Ich erinnere mich, dass Marius das auch schon behauptet hat. Heutzutage gibt es viele Menschen, die behaupten, sie seien Nachfahren der Götter. Unser Wappen ist der Beweis. Sowas kann man doch auf jedem Markt dann fertigen lassen. Für ein paar Dinar. Warum wurde ich zu dir gebracht? Deine Mutter kam, um mit mir zu sprechen. Hat sie dich ersucht, mein Leben zu verschonen und hast du etwa eingewilligt? Nun, ich habe versprochen, ich würde es in Erwägung ziehen. Und sollte ich dir dankbar sein? Nein. Sie ist es. Wir sind alte Freunde. Du hast viele alte Freunde getötet. Oh ja, wie wahr, wie wahr. Ja, alte Freunde bei Tag werden zu neuen Feinden bei Nacht. Was verlangst du als Gegenleistung für mein Leben? Wieso denkst du, dass ich eine Gegenleistung erwarte? Männer wie du verschenken nichts ohne Gewinn. Ich bin kein Mann ohne Mitgefühl. Ich werde dir helfen, wenn ich es kann. Aber du musst zuerst die Schwere deines Verbrechens erkennen. Zinner war mein größter Widersacher und du hast ihm geholfen zu entkommen. Es gelang? Natürlich nicht. Er ist meinen Soldaten entkommen, nur um dann von einem seiner Diener getötet zu werden. Und meine Frau? Sie ist wohl auf. Ich füge Frauen kein Leid zu. Und da du ja nur der Sohn Zinners durchheiratet bist, würde ich dir auch keines zufügen. Sofern? Sofern du dich von deiner Frau scheiden lässt. Nun? Nein. Ich weigere mich. Du willst dich nicht scheiden lassen, obwohl es dich dein Leben kosten könnte? Meine Frau bedeutet alles für mich. Sie ist tapferer als ich, sie ist klüger als ich und sie ist aufrichtiger als ich es bin. Sie ist erheblich mehr wert als ich es bin oder du es bist. Oder deine Macht. Ich trenne mich nicht von ihr. Ach, Pompeius. Was sollen wir nun mit so einem Mann machen? Ich weiß wirklich nicht, ob ich ihn umarmen oder erwürgen soll. Ich denke, wir sollten ihn gehen lassen. Was? Sein Onkel Marius war mein erklärter Feind. Es stecken zehn von Marius' Art in ihm. Sie nur seine Augen. Und du willst ihn laufen lassen. Diejenigen, die lächeln und schmeicheln, sollten dir Sorgen machen. Er spricht gerade heraus. Du sprichst gerade heraus, nicht wahr? Immer. Dann sage mir, würdest du mich töten, wenn du es könntest? Auf der Stelle. Aha. Du kannst gehen. Ich sagte, es steht dir frei zu gehen. Was für ein prächtiges Herz dieser Bursche hat. Bring es mir morgen früh, Pompeius. Ich sage dir, es ist ein prächtiges Herz, aber es ist ein prächtiges Herz. UNTERTITELUNG Ist dies Sullas Plan, mich draußen abzuschlachten, damit ich seinen Boden nicht mit meinem Blut besudle? Ich komme, um dich zu warnen. Wieso? Wenn du Rom nicht verlässt, werde ich tun müssen, was er verlangt. Und? Und ich will Männer wie dich nicht so jung sterben sehen. Was weißt du über mich? Du widersetzt dich, Sulla. Eines Tages werde ich dir mehr sagen, wenn die Zeit reif ist. Aber jetzt musst du Rom verlassen. Deiner Familie geschieht nichts. Hier, nimm ihn. Geh nach Osten, nach Bithynien. Zeig König Nicomedes diesen Ring. In seinen Diensten wirst du sicher sein. Was sagt mir, dass ich dir trauen kann? Nichts. Ich werde mein Schicksal nicht diesem Mann anvertrauen. Dann lässt du dich von Sulla töten? Er kann es ja versuchen, wenn er will. Aber ich verlasse Rom nicht. Warum musst du so starrsinnig sein? Nein. Pompeius riskiert viel für sein Hilfsangebot. Warum nimmst du es nicht an? Er ist Sulla's Vertrauter. Es könnte eine Falle sein. Traust du denn niemandem mehr? Doch. Ich vertraue dir. Dann hör doch auf mich. Wolltest du nicht für ein freies Ruhm kämpfen? Denk an meinen Vater. Du weißt, ihm hat keiner Hilfe angeboten. Als du in Kaka saßt, da dachte ich, du wärst tot. Und ich begann, um dich zu trauern. Das möchte ich dich doch einmal tun. Wie soll ich noch weiterleben, wenn du die Chance, dein Leben zu retten, nicht ergreifst? Ich liebe dich doch so sehr. Ich liebe dich doch so sehr. Musik Däht das Schwein zum Verkauf? Wie viel wird es mir dafür geben? Zehn Dinaren. Das ist eine Menge für einen Schwein. Du musst es auch noch zerlegen. Julius Cäsar. Wir werden es verfüttern. An meine Hunde. Musik Das ist die Küste von Greta. Der Herrscher dort erließ früher Gesetze und hängte sie dann so hoch auf, dass die Menschen sie nicht lesen konnten. Und wenn sie gegen das Gesetz verstießen, ließ er keine Gnade walten. Heute wimmelt es dort von Piraten an den Gestaden. Wir müssen für die Nacht ankern. Musik 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 UNTERTITELUNG Wohin ist Vater gereist? Zur anderen Seite des Meeres. Wie lange dauert es, das Meer zu überqueren? Das hängt vom Wind ab. Hin und wieder schafft man es in Tagen. Vielleicht ist er schon dort und in Sicherheit bei König Nicomedes. Wir gefallen die Seile nicht, hä? Wir könnten Nägel verwenden. Das ist die römische Art, oder? Wie viel Lösegeld erzielt man denn für einen Römer in diesen Tagen? Zwei Talente. Aber ich würde drei bezahlen, um zu sehen, wie ein Römer es öfft. Für mich kriegst du Leben 50. Und wer würde es holen? Sie würden es holen. Hey! Wenn deine Männer, die nicht vor Tagesanbruch zurück sind, stirbst du. Das ist schon mal. Ich würde es holen. Das ist schon mal. Ich würde es holen. Deine Zeit ist um, Römer. Ich kämpfe mit einem von euch für einen weiteren Tag. Das heißt, noch einen Tag. Niemand wird diesen Römer auslösen. Werft ihn ins Meer. Nein, Schiff! 50 Talente. Ganz zufällig also fand das Geld den Weg in deinen Beutel. Herr, ich habe dich nie um eine Münze bestohlen. Also nehme ich an, es waren die Goldschmiede, die mich wieder einmal beraubt haben. Herr, Sie sind dafür verurteilt worden. Ich kenne doch den Lauf der Dinge. Du teilst den Gewinn mit den Männern. Du bezahlst nicht gut, Herr. Ich würde niemals mein Leben für eine Goldmünze aufs Spiel setzen. Dies ist der richterliche Beschluss. Die Goldschmiede haben gestanden. Flavius hat nichts damit zu tun. Willst du sagen, dass ein Mann, der mit so viel Gold hantiert, nie etwas in seine eigene Tasche gesteckt hat? Aber seine Unschuld ist erwiesen. Dies erfordert dein Siegel. Er wirkt ihn. Wartet! Die Richter befanden ihn für unschuldig. Aber ich, ich billige das Urteil der Richter nicht. Sola, er ist ein guter Mann und ich habe ihn bei dir eingeführt. Erlaube mir, für ihn zu bürgen und ihn zu beschützen. Du kannst für ihn bürgen, so viel du willst. Aber beschützen kannst du ihn nicht. Die Strafe für Diebstahl ist erwürgen. Erwürgt ihn. Das wäre aber zweifellos ein Fehler. Du meinst mein Urteil? Oh, pompisch. Du wirst aber sehr eigenwillig. Du wirst dich über mich erheben. Du wartest nur auf deine Gelegenheit. Die meisten Menschen verehren die aufgehende Sonne, nicht die untergehende. So lautet doch die Rehnsart, nicht wahr? Aber ich bin nicht die untergehende Sonne, noch nicht. Und in der Zwischenzeit erwarte ich, dass du dich meinen Wünschen fügst, ob sie dir gefallen oder nicht. Erwürgt ihn! Nein. Du. Du wirst ihn erwürgen. Nein. Habe ich dich... Habt ihr ihn einsagen hören? Oh, mein lieber General. Ich habe dich aufgefordert, Flavius zu erwürgen. Und du wirst ihn auch erwürgen. Und du machst es mit deinen eigenen bloßen Händen. Du erwürgst jetzt Flavius oder du wirst selbst erwürgt werden. Erwürge ihn. Erwürge ihn sofort. Ich stulde nicht, dass man meine Befehle missachtet. Ich verstehe. Erwürge ihn. Erwürge ihn. Das war ein ägyptischer Prinz von edler Statur, dazu geeignet einem wie dir zu dienen, Herr. Ah ja, Herr, diese junge Schönheit stammt frisch aus dem Norden. Sie haben dort besondere Spielarten, ihre Herren zu beglücken. Und sie ist jung genug, dass du ihr noch deine beibringen kannst. Oh nein, 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 Herr, er ist ja fast nicht in der Lage, ohne Hilfe einen Weinkrug anzuheben. Er wird allen widersprechen, was du sagst. Er ist unseligerweise geschult in den Künsten des Wortes. In welchen Künsten des Wortes bist du versiert? In den Künsten des Euklid und Aristoteles, in den Künsten des Verses. Ich rezitiere aus dem Gedächtnis viel von Homer und alles von Pindar. Ich kenne die Künste der Politik und des Staates, die Logik, Metaphysik, Erkenntnistheorie, Rhetorik und Sophisterei. Sophisterei? Heißt das, dass du weißt, wie man gute Lügen erzählt? In der Zweideutigkeit liegt große Macht, Herr. Und nicht alle Menschen nutzen die Vorteile in böser Absicht. Hast du Erfahrung darin, Kinder zu unterrichten? Ja. Und ich ziehe es dem Unterricht der Alten weitaus vor. Wieso das? Bei den Kindern zeigt sich viel mehr Weisheit. Bei den Kindern zeigt sich viel mehr Weisheit. Ich kam nichtdie, wie man nicht, so all das Haus schwierig zu tun ist. Ja, das ist gut. Wer sind deine Freunde? Horzea und Markus. Kennst du sie nicht mehr? Doch, sicher. Kathos Kinder. Ihr seid nur alle sehr gewachsen. Das ist unser Vetter. Brutus. Was liest du da? Ethik. Aristoteles. Mein Onkel Kato hat es mir geschenkt. Wie geht es ihm? Er ist mürrisch wie immer. Sullas Tod hat nichts daran geändert. Vater, hast du mir aus dem Osten etwas mitgebracht? Habe ich dir was mitgebracht? Ja. Das habe ich dir mitgebracht. Apollonius. Dies ist meine Tochter Julia. Apollonius wird dein Lehrer sein. Wo ist meine Frau? Cäsar! Steh nicht auf. Ich bin nicht krank. Ich werde mich schnell ankleiden. Es geht mir gut. Ich bin nur zu schnell aufgestattet. Du musst dich doch nicht ankleiden. Lass uns hinlegen. Nein, wir werden essen. Lass mich nur... Verdammt! Wie lange habe ich auf dich gewartet? Ich hätte beinahe aufgehört, es zu tun. Und nun... So. Dabei müsste ich dir zur Seite stehen. Zwei Jahre war einfach so lange. Unter euch gibt es jene, die Sulla unterstützt haben. Und auch jene, die gegen ihn... gearbeitet haben. Aber nicht alle, die ihn unterstützt haben, waren mit seinen Gesetzen einverstanden. Ich schlage demgemäß vor, dass die Rechte der Tribune wiederhergestellt werden, so dass das Volk erneut gerecht vertreten werden kann. Ich beantrage eine grundlegende Reform der Gerichtshöfe. Und die uneingeschränkte Wiedereinsetzung des Senats als wichtigstes Organ der Regierung. Und die eine grundlegende Kombination des Senats als wichtigste Wiedereinsetzung des Senats als wichtigste Wiedereinsatz. Und die eine gute Lösung des Senats- und Kommunikerin des Senats. mich gewinnen und ich fühle mich alter durch. Ich freue mich, dass du unbeschadet zurückgekehrt bist. Ich habe gehört, du bist auf Hindernisse gestoßen. Doch dein Freund Nikomedes hat sich als sehr hilfreich erwiesen. Ich konnte dir noch gar nicht danken. Du hast mir das Leben gerettet. Du hast Sola getrotzt. Du solltest dich von deiner Frau trennen, doch du hast Nein gesagt, obwohl es den Tod bedeutet hätte. Das hat mich sehr beeindruckt und es hat mich an etwas erinnert. Verstehst du, mein Freund? Sola hatte mir einst auch befohlen, mich von meiner Frau zu trennen. Und ich habe mich diesem Befehl unterworfen. Ich verließ die Frau, die ich liebte. Das Leben steckt voller Lektionen. Siehst du, wir werden uns gegenseitig viel beibringen. Wie gelange ich dorthin, wo du jetzt stehst? Ich hoffe, es war kein Fehler, dich zu verschonen. Ich weiß, ich kann Rom etwas geben. Aber ich habe keine Stimme. Wenn du eine Stimme haben willst in Rom, dann gewinne das Volk. Sprich aus deinem Herzen. Und wenn du ein Versprechen abgibst, dann halte es. Pompejus, ich verspreche dir, solltest du je meine Hilfe brauchen, dann gib mir ein Zeichen und ich stehe an deiner Seite. Mann? Annehe. Mhm. Frau? Gynä. Mhm. Sklave? Aus dem Kopf, bitte. Warum muss ich eigentlich Griechisch lernen? Die griechische Kultur ist die größte, die die Welt je gekannt hat. Bedeutend als Rom? Zweifellos. Dann ist ein griechischer Sklave mehr wert als ein römischer freier Bürger? Haha. Ich bin zufrieden mit dem, was ich bin und du kannst daraus deine eigenen Schlüsse ziehen. Aber du wärst doch lieber frei. Sicher, alle Menschen wären lieber frei. Weil du dann tun könntest, was du wolltest. Ich kann durchaus tun, was ich will, selbst als Sklave. Und manche Menschen, die sich für frei halten, sind es keineswegs. Sie sind gebunden an ihre eigenen armseligen Ideen. Aber wärst du mein Sklave, würde ich dir die Freiheit schenken. Julia. Vater. Wenn wir ihn freilassen, hätte ich niemanden mehr, der dich unterrichtet. Er könnte mich genauso unterrichten, wenn er frei wäre. Aber dann könnte ich ihn mir nicht leisten. Mein Sohn, komm schnell! Cornelia. 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 Cornelia, wach auf! Bitte verlass mich nicht. Cornelia. Cornelia. Wach auf! Bitte. Bitte. Mein Name ist Julius Cäsar. Ich bin hier, um meine Frau Cornelia zu ehren und öffentlich ihren frühen Tod zu betrauern. Sie war etwas Besonderes. Sie hat keinen Gedanken an ihr eigenes Wohlergehen verschwendet. Sie dachte nur an das der anderen. Rom war ihre erste und größte Liebe. Wir haben diese Liebe geteilt. Wir träumten von einem Rom ohne Diktatoren, in dem die Söhne niemals die Hand erheben gegen ihre Väter, in dem Brüder niemals das Schwert erheben gegen ihre Brüder, in dem Römer mit ihren römischen Mitbürgern friedlich Seite an Seite leben. Deshalb frage ich euch nun, wollen wir zusammenstehen im ehrenvollen Gedenken nicht nur an meine geliebte Frau, sondern im Gedenken an die Männer und Frauen, die im Kampf starben für ein besseres Rom. Volk von Rom, ich, Julius Cäsar, gebe dieses Versprechen ab am Leichnam meiner Frau. Ich werde nicht ruhen, ehe das Rom, von dem sie träumte, Wirklichkeit geworden ist. Gott zählt auf mich, denn ich bin nicht nur der Neffe unseres geliebten Marius, der gegen Sullas Gräueltaten gekämpft hat, bis der ihm das Leben nahm. Ich bin auch ein Sohn der Julia, die von der Göttin Venus selbst abstammen. Ich biete euch meine ganze Kraft, eine überragende Kraft unter sterblichen Menschen. Gewehrt von den Göttern, überlegen den Königen. Lasst uns gemeinsam wirken, Römer, in unserem Streben nach einem Imperium, das unbegrenzt ist, geeint ist und frei. Wir müssen ihn im Auge behalten, oder ihn uns zunutze machen. Guten Morgen, Cäsar. Guten Morgen, Cäsar. Heil dir, Cäsar. Heil dir, Cäsar. Heil dir, Cäsar. Sei gegrüßt, Cäsar. Und du, Julia. Ich habe etwas für dich. Na, wo hatte ich es denn? Ah, hier. Und ich hoffe, es bringt dich zum Lächeln. Ich versichere dir, sie ist auch stumm rein. Ha, ha, und jetzt sehe ich dich ja zum ersten Mal seit Wochen lächeln. Ha, ha. Herr Schwindet, war doch nicht gut. Ich habe nichts mehr. Hey. Hört sofort auf damit. Es gibt nichts, was man dagegen tun kann. Was ist denn passiert? Der Brotpreis hat sich verdreifacht. Es gibt kein Korn mehr in Rom. Warum? Weil die Getreidelieferungen aus Ägypten von Piraten abgefangen wurden. Halb Rom ist ohne Brot. Die Stadt steht kurz vor einer Revolte. Nur die Reichsten können sich noch Brot leisten. Wir müssen jetzt die Piraten angreifen oder Rom wird für immer gelähmt werden. Deshalb schlage ich vor, dass man Pompeos Legionen unterstellt, um dieses Problem zu bekämpfen. Ein für alle Mal. Es stellt sich nicht die Frage, ob wir die Piraten bekämpfen oder nicht. Es geht um das Wie. Ich schlage vor, dass wir zehn schlagkräftige Kohorten ausrüsten für den Kampf gegen die Piraten an verschiedenen Punkten der Küste. Damit die Piraten Roms Truppen eine nach der anderen vernichten können. Die Piraten sind ein Haufen undisziplinierter Diebe. Ich glaube kaum, dass sie einem römischen Angriff von welcher Stärke auch immer widerstehen könnten. Lasst uns darüber sprechen, wie die Dinge wirklich stehen. Und nicht darüber, wie wir sie gerne hätten. Ich bin ein Zeuge für die Bedrohung, die diese Räuber darstellen. Ich war selbst das Opfer einer ihrer Übergriffe. Dann erfreue uns doch vielleicht anschließend mit deinen Gruselgeschichten Gaius Julius in der Taverne, nachdem die Arbeit des Senats getan ist. Die Arbeit des Senats ist nie getan. Es gibt nicht tausende von Piraten in unseren Gewässern, sondern hunderttausende. Nicht alle sind vagabundierende Banden, die auf einzelnen Schiffen operieren. Es gibt unter den Piraten Befehlshaber, Könige der Meere mit tausenden von Männern, die im Kampf zur See besser ausgebildet sind als unsere eigenen. Hübsche Reden wie diese bewerkstelligen gar nichts. Nein, Reden leisten so wenig Arbeit wie der Senat. Wie kann es der arrogante Neuling wagen, den erlauchten Senat zu beleidigen? Erlaucht und schwerfällig, Bibulus, wie du selbst bist. Füllig durch müßiges Geschwätz und Untätigkeit. Genug, genug, genug! Wir haben einen Mann in unserer Mitte, der diesen Konflikt mit den Piraten beenden könnte. Aber übertragen wir ihm diese ehrenvolle Pflicht? Nein. Ich stimme Cäsar zu, wir haben kein Brot. Und sind wir nun ein großes Imperium oder beherrschen uns die Gesetzlosen? Zur Durchführung dieses Auftrags wird Pompejus ein Heer benötigen, das doppelt so groß ist wie Sullas Heer zur Einnahme Roms. Haben wir gar nichts gelernt aus der Vergangenheit? Ich verstehe. Rom soll hungern, weil Cato keinen einzigen Mann findet, dem er vertrauen kann. Nicht jeder Mann mit einem Heer will die Macht an sich reißen. Nicht jeder Mann ist ein Sulla. Manche Männer werden von den Umständen beherrscht, aber Männer von Charakter unterwerfen die Umstände ihrem Willen. Sie zwingen die Natur dazu, sich unterzuordnen, sodass nur ihr Wille auf dieser Erde durchgesetzt wird. Sie trotzen den Elementen. Und manchmal trotzen sie sogar ihre eigene Natur, um daraufhin ihre Visionen vor aller Augen zu verwirklichen. Pompejus ist ein solcher Mann. Jene von euch, die reich an Erfahrung sind, werden wissen, dass nur eine Sache eine Nation klein hat. Uneinigkeit. Parteien, die sich bekämpfen, anstatt sich zu einer starken Macht zusammenzuschließen. Solange wir uns bekämpfen in diesem Raum und nach engstirnigen Siegentrachten, persönlichen Rachegelüsten frönen, wird Rom klein bleiben. Ich schlage vor, wir stellen unsere persönlichen Ansichten hintang und lassen uns für eine gewisse Zeit nur von einem Ideal leiden. Der Liebe zu Rom. Ich schlage vor, dass wir unsere Kraft konzentrieren, um eine Macht zu werden, die die Welt noch nie gekannt hat. Ich schlage vor, dass uns ein Mann, ein einzelner Mann, aus der Dunkelheit herausführt. Und das ist Pompejus. Wer von euch ist dafür? Dürfen wir eintreten? Du hast gesagt, wir dürfen. Warum? Hier gibt es nichts zu sehen, außer einem Haufen ergrauter alter Senatoren. Ist der Konsul auch da? Ja, dies ist Konsul Gnaeus Pompejus. Und wer ist das hier? Das ist meine Tochter Julia und Apollonius, die Weisheit unseres Haushalts. Dein Vater, Julia, hat uns gerade bewiesen, dass er eines Tages meinen Posten einnehmen wird. Aber das ist kein echtes Vergnügen. Warum nicht? Weil er immer diese Männer um sich haben wird. Und das sind doch lächerliche Gestalten, oder? Wir sehen uns, wenn ich zurückkehre. Und zwar als Sieger. Apollonius sagt, beim Besterben wandert die Seele in einen Ort, wo alles vollkommen ist. Der Frieden ist ein vollkommener Frieden. Und alle Kreise sind vollkommen rund. Und ich weiß, wenn Sie nicht mehr sehen. Brutus, sieh her und sag Julia, wie schön sie aussieht Wunderschön Gefall ich euch? Und alles nur für Pompejus Ist Apollonius zurückgekehrt? Ich wollte mit ihm über Plato sprechen Nein, er ist nicht zurück Sicher kämpft er an der Seite der rebellierenden Sklaven Diese Rebellen haben mit Apollonius nichts gemein Sie sind ungebildet und haben kein glückliches Heil Wir hatten einen maurischen Koch, der vor einem Monat weggelaufen ist Und der ist jetzt nicht nur Rebell, sondern sogar ihr Kommandant Vom Koch zum Kommandanten, was für eine Karriere Du redest ja, als sei es ein Spiel Keineswegs Überleg doch, über die Hälfte der Bevölkerung Roms besteht aus Sklaven Was würde wohl geschehen, wenn sie sich alle zum Aufstand entschließen? Es wäre das Ende Roms Rom musste handeln Wie meinst du das? Pompejus, er hat 20.000 von ihnen auf seinem Rückweg nach Rom besiegt Und wer begleitet mich? Was? Keiner schließt sich dem Konsul von Rom an? Nichts für ungut, Vater Aber hast du wirklich gedacht, wir würden hinterher trotten im Gefolge deiner Liegthochen? Roms größter Feldherkehr zurück Und wir möchten uns frei bewegen können Und lieber... Gut, geht schon und viel Freude Komm, danke Konsul Ich bin schon so aufgeregt Routus Gehst du nicht mit ihnen? Ich will, dass Apollonius zurückgehen Was ist das? Oh ja, Platos Gesetze Hast du sie gelesen? Ja Und? Plato meint, dass die Demokratie zum Scheitern verurteilt ist Er denkt, ein Staat sollte von einem Diktator regiert werden Ein Diktator, der erleuchtet worden ist durch Erfahrung und Wissen Ich glaube, dass Plato sich nicht sehr gut verstehen würde mit deinem Onkel Kato Routus, Routus, wir los doch! Beeil dich, gesell dich zu deinen Freunden, sonst musst du noch mit mir mitkommen Routus, 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 Routus Routus, Routus Routus, Routus, Routus – Routus Rippen, sicherlich zu unserer $000 Applaus Applaus Ich danke dir. Ich kümmere mich jetzt um meinen Sohn. Applaus Wer sind diese Männer? Gefangene. Piraten? Piraten und Sklaven. Aufständige Sklaven. Apollonius! Apollonius! Konsul! 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 Palt! Warte. Sprich. Ich habe einen Freund unter den gefangenen Sklaven. Ich versuche dich, ihn freizulassen. Und wer bist du, dass du eine solche Gunst verdienst? Ich bin Julia, Tochter des Gaius Julius Caesar. Die Tochter eines Konsuls. Weißt du nicht, dass jene, die sich entscheiden, Rom zu bekämpfen, seine Feinde sind und morgen gekreuzigt werden? Apollonius ist mein Lehrer, er ist kein Feind Roms. Alles Gute und Anständige, was ich jemals gelernt habe, hat er mir beigebracht. Du musst ihn verschonen. Tu es für mich, Konsul. Dein Wunsch soll dir erfüllt werden. Geleite sie zu den Kerkern der Gefangenen und übergib den Sklaven Apollonius der Obhut seiner rechtmäßigen Besitzerin. Ich danke dir, Konsul. Apollonius! Bist du das, Julia? Apollonius, ich bin hier, um dich nach Hause zu holen. Nein. Ich komme nicht mit dir. Ich bleibe hier. Dann werden sie dich kreuzigen. Du bist zu einer schönen Frau herangewachsen. Sehr klug. Du bist reich an allem, was die Römer bedeutend macht. Aber ich bin kein Römer, Julia. Ich bin ein Sklave. Du bist nicht länger ein Sklave. Du bist frei. Ich gebe dir jetzt die Freiheit. Freiheit ist nicht etwas, das einem gegeben werden kann. Freiheit muss man sich nehmen. Ich hätte dir schon vor Jahren die Freiheit geben sollen. Hätte ich meinen Vater nur darum gebeten. Er hätte sie dir gewehrt. Aber ich dachte immer, es sei für dich kein Unterschied. Ich hatte ja das Gefühl, du bist frei. Ich dachte, du wärst glücklich bei uns. Das war ich auch. Aber es ist nicht das Glück, das ich suche. Es ist etwas anderes. Was? Selbstachtung. Du warst sehr gut zu mir. Und ihr wart meine Familie. Aber jetzt sind die Gefährten hier meine Familie. Wir beide wissen, wo wir hingehören. Und ich gehöre dort hinein. Zu ihnen. Eines Tages wirst du das verstehen. Meine liebe Julia. Leb wohl. Und ich gehöre dort. Ja, Mutter? Schhh. Ruhe dich aus. Heute ist etwas mit mir geschehen. Es ist ein Leiden, nicht mehr und nicht weniger. Dein Großvater litt auch an diesen Anfällen und hat bis ins hohe Alter geliebt. Nein, ich meine etwas anderes. Bevor es geschah, habe ich Pompejus beobachtet. Er war immer ein Freund für mich. Und wir sprechen offen miteinander. Wie Brüder. Und doch könnten wir nicht unterschiedlicher sein. Er ist ein großer Heerführer. Seine Provinzen machen ihn zum reichsten und mächtigsten Mann in Rom. Dein Vater wollte, dass du Staatsmann wirst. Und jetzt bist du römischer Konsul. Das hätte er sich niemals erträumt. Ich brauche ein Heer. Damit du so wirst wie Pompejus? Wie würdest du das Heer bezahlen und verpflegen? Dein Amt als Konsul verschlang bereits all dein Vermögen. Ja, ich bin Konsul und ich bin mittellos. Dein heutiger Anfall war heftiger als gewöhnlich. Ich habe noch etwas anderes bemerkt. Dieser Anfall war auf eine andere Weise von Bedeutung. Inwiefern? Ich erkannte etwas. Ich erkannte etwas in jenem Augenblick. Nicht nur etwas, was mich betrifft. Sondern die ganze Menschheit. Wie wir uns selbst klein halten. Und ich stellte fest, dass mir bisher eine Vision fehlte. Ich beobachtete Pompejus und sah, dass auch ihm eine Vision fehlt. Und dass er sie niemals haben wird. Und da begriff ich den Unterschied zwischen Pompejus und mir. Vielleicht hat er Großes geleistet. Doch ich bin dafür geboren. Und dafür brauche ich Legionen. Pompejus hat sie. Er wird sie mir überlassen. Warum sollte Pompejus das tun und damit seine Macht schmälern? Was könntest du ihm als Gegenleistung bieten, das dem Wert eines Heeres entspricht? Julia! Es tut mir leid, was mit Apollonius geschehen ist. Auch ich war ihm immer sehr zugeneigt. Er glaubt, wie ich, an die alten Werte. Wir vertrauen auf die Weisheit unserer Vorväter und ihre Gesetze. Und ich, Cato, vertraue ihm. Hei, Pompejus! Cato, du schmeichelst mir. Aber ehren wir doch jetzt einen anderen Mann. Denn ich hätte nicht auf der anderen Seite des Meeres Krieg führen können, ohne die Gewissheit, dass Rom in guten, sicheren Händen war. Und dafür schulden wir diesem Mann Dank, meinem Freund und gleichrangigen Konsul, Gaius Julius Cäsar. Hei, Cäsar! Dies ist meine Tochter, Julia. Ja, ich weiß, wir sind uns schon begegnet. Es wäre eine Ehre für mich, wenn du uns etwas vortragen würdest. Doch nicht vor so vielen Menschen. Du hast es doch schon vor mehr Menschen getan. Vater, ist das dein Ernst? Ich bin darauf nicht vorbereitet. Ach, komm. 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 Die Tochter von Cäsar wird uns etwas vortragen. Heute Nacht will ich zusammen mit euch einen Mann preisen, der mir und den Göttern teuer ist. Mächtiger und siegreicher als die Könige von Mykene mit ihren goldhaarigen Pferden und stärker in der Schlacht als die Geister der Krieger, die Trojas Küsten heimsuchen. Hört mich an, ihr Söhne von unerschrockenen Männern. Hört mich, ich besinge den Sieg eines Mannes, der mir teuer ist, und den Göttern. Applaus Augenblick. Eine Ungeschicklichkeit. Es war nicht deine Schuld. Ich weiß nicht, wessen Schuld es war, aber ich finde es sicher heraus und er wird schwer bestraft werden. Danke, Konsul, du bist sehr gütig. Wie ist dein Name? Kalpurnia. Aus welchem Haus? Lucius Piso. Verzeih mir, dass ich dich anstarre. Ich dachte, möglicherweise wären wir uns schon begegnet. Essen wir gemeinsam. Es wär mir eine Freude. Wie nennst du diese Stunde? Ich denke, sie ist bekannt als die fünfte Stunde. Ja, und die Sonne geht auf. Du hast recht. Ich war mit ihm zusammen. Wir haben getrunken und gegessen und haben uns amüsiert. Er hat mich gern. Und er ist doppelt so alt wie du. Und er ist dein Freund. Vergisst du das? Ja, er ist mein Freund. Und ich möchte nur wissen, ob er dich mit Respekt behandelt. Er gefällt mir. Ja, wirklich. Ich liebe ihn nicht, noch nicht, aber das mag noch kommen. Warum bist du eigentlich so verstimmt? Er ist Konsul. Er ist der erste Mann in Rom. Er hat Legionen. Ihr Preis ist hoch. Ihr Preis? Es ist doch Brauch, dass der Vater eine Mitgift anbietet. Ich besitze nichts, was ich dir geben könnte. Ich akzeptiere. Ich will den Oberbefehl. Über Gallien. Gallien? Na ja, das ist vergeben. An Cassius. Ich brauche einen Sieg in einer Schlacht. Du bist nicht erfahren genug in der Kriegsführung. Und du brauchst Legionen. Deine Legionen. Julia ist alles, was ich habe. Ich will 50.000 für sie. Talente? Soldat. Musik Wie konntest du das tun? Wieso nimmst du mir den Oberbefehl in Gallien? Ich glaube, Cäsar ist der richtige Mann für Gallien. Ah, aber ich hatte bereits erhebliche Ausgaben für die Ausrüstung meiner Männer. Dafür wirst du entschädigt. Was? Du wirst dich um die hiesige Garnison kümmern. Die Garnison? Das kannst du nicht allein entscheiden. Du hast das nicht einmal dem Senat vorgetragen. Das ist eine Einzmächte. Ich will nicht von Politik reden, auf meiner Hochzeit. Es könnte Pech bringen. Ich muss dir ein Geständnis machen. Welches denn? Wir sind uns schon begegnet. Oder anders gesagt. Ich bin dir begegnet, aber du in dem Augenblick nicht mir. Es war bei Pompejus Triumph. Du bist gestürzt. Niemand sah es außer mir. Ich hielt dich, um sicher zu sein, dass du dich nicht selbst verletzt. Ich danke dir. Es beschämt mich. Ich weiß nie, wann die Anfälle auftreten. Viele Menschen glauben, dass jene, die darunter leiden, heilig sind. Von den Göttern gesegnet. Mag sein. Mag sein. Mag sein. Was meinst du, wie würde ein Kind, bei dem die Gesichtszüge von uns beiden verschmelzen, aussehen? Ich denke, es würde wunderschön aussehen. Wirklich? Ist das etwas, was du gern entdecken möchtest? Ja. Ganz sicher. Ich bin mir meines Namens nicht so sicher, wie in dieser Frage. Ich bin eine schreckliche Hausfrau. Wir haben doch Dina. Ich halte nicht viel von festen. Ich lege mich früh schlafen. Und ich werde bei dir sein. Cäsar. Ja? Du musst mir bitte etwas versprechen. Alles, was du willst. Komme aus diesem Krieg leben zurück. Ich verspreche es dir. Und auch schnell. Das sind zwei Versprechen. Und gewinne den Krieg. Das sind drei Versprechen. Und jetzt ist es an dir, mir etwas zu versprechen. Wirst du mich heiraten, bevor ich aufbreche? Wirst du mich heiraten, wirst du mich heiraten, wirst du mich heiraten? Wirst du mich heiraten, 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 wirst du mich Wie viele Tote sind es? Etwa 23.000 Kelten. Und Römer? 112. Ich habe sie für die Bestattung in Rom herrichten lassen. Wir kehren aber nicht nach Rom zurück. Wir ziehen weiter gen Norden. Da draußen ist noch viel Land, das noch nicht zu Rom gehört. Die Römer kommen! Die Römer kommen! Du musst ein Cäsar auffordern, sich zurückzuziehen. Was ich ihm gewährt habe, mache ich nicht rückgängig. Aufhören! Nehmt die Schwerter herunter! Was wollt ihr hier? Dieses Land gehört uns! Ihr habt kein Recht hier zu sein! Wie ist dein Name? Wer ist in Getorix? Wer ist in Getorix? Wie ist dein Name? Wer ist in Getorix? 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 Ich kann nicht rückgängig sein, deine Frau zu sein. Aber nach so langer Zeit des Alleinseins befürchte ich, dass ich mich an die Einsamkeit gewöhne. Komme zurück, mein Geliebter, wenn die Zeit reif ist. Ich werde auf dich warten, deine dich liebende Kalpurnia. Cäsar hat 300.000 Kelten getötet. Er hat friedliche Dörfer angegriffen. Dörfer, die dem römischen Staat Steuern zahlen. Das dürfen wir nicht tolerieren! So dankst du, einem großen römischen General? Cäsar hat 100.000 Sklaven auch rumgeschickt. Willst du uns sagen, dass du keinen von ihnen genommen hast? Wenn sie nicht von ihm gekommen, hätte ich sie mir von einem anderen geholt. Pompeos, du musst auf der Hut sein. Er ist seit drei Jahren fort und kämpft mit deinen Legionen. Man sagt, er hätte ihren Sold verdoppelt. Sie sind ihm völlig ergeben. Senatoren, wie Cicero es so treffend formuliert hat, nehmt alle Kraft zusammen für die Bewahrung des Staates. Haltet in allen Richtungen Ausschau nach den Stürmen. Sie werden über euch hereinbrechen, wenn ihr nicht rechtzeitig auf sie gefasst seid. Jetzt weiß ich, wer er ist! Von wem redest du? Von dem Mann da! Markus Antonius. Ja. Er rennt vor seinen Gläubigen in Rom davon und sucht den Reichtum in der Provinz. So wie wir alle. Ja, ich nicht! Ich kämpfe immer noch zum Ruhme Roms! Ja. 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 Das Ganze kann man nicht最 viel bouncern! Ja. 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 Prämmen! Unsere Reiterei wurde angegriffen. Von wem? Von gallischen Stammeskriegern. 14.000 Tote. 14.000? Und viele wurden verwundet. Der Feind hat sich unter einem Anführer vereint. Sein Name ist Vercingetorix. Wo können wir ihn finden? In Alesia. Wie lang ist der Marsch? Acht Tage. Vercingetorix ist dort verschanzt. Mit 18.000 seiner Männer. Es ist eine unüberwindliche Festung in Gallien. Wir können sie nie einnehmen. Wir müssen sie auch gar nicht einnehmen. Wir werden einen Belagerungsring um sie errichten. Wir werden sie dort einschließen und aushungern. Niemand hat jemals einen Wall von solchen Ausmaßen errichtet. Dann werden wir die Ersten sein. Lass uns keine Zeit vergönnen. Ich möchte zu Pompejus. Ja, Herr. Kato. Pompejus. Julia. Was führt dich aufs Land? Ich komme, um mit dir zu reden. Deine Abwesenheit in Rom wurde kritisiert. Wie du siehst, braucht meine Frau mich hier. Könnten wir unter vier Augen sprechen? Was gibt es denn, Kato? Gehört es zu eurer Unterhaltung schlecht, über meinen Vater zu reden? Setz dich, setz dich, Kato. Danke sehr. Cäsar ist im Begriff, die letzte Festung in Gallien einzunehmen. Vercingetorix hat alle gallischen Stämme zu seiner Hilfe aufgerufen. Von den Bergen bis zum Meer. Alle sind schon auf dem Marsch nach Alesia. Wie viele stehen gegen ihn? 250.000. Und mein Gemahl hat? 40.000. Er wird sie besiegen. Er besiegt sie schon seit vielen Jahren. Er ist noch nie gegen so viele Männer angetreten. Ist das wahr? Wird mein Mann dieses Mal verlieren? Nein, niemand kennt vorher den Ausgang eines Krieges. Du bist Konsul. Pompejus, greife ein. Denn wenn Cäsar diese Schlacht gewinnt, wird er dann der nächste Sulla. Das willst du doch damit sagen, oder? Dass er dann der nächste Sulla wird. Warum bist du so besorgt, Kato? Du hast selbst gesagt, er hätte keine Chance gegen die Gallier. Warum ihn zurückrufen? Wieso lasst ihr ihn nicht dort weiterhin seine Schlacht schlagen, bis zu seiner eigenen Vernichtung? Wenn ihr nichts tut, wird der nächste Sulla sich selbst auslöschen. Du wartest darauf, dass mein Mann scheitert, nicht wahr? Und du auch? Und du auch? Du hast sicher davon Kunde, dass sich Vercingetorix und seine Stammeskrieger nach Alesia zurückgezogen haben, wo sie von uns mit einem Belagerungsring eingeschlossen wurden. Du magst jedoch nicht wissen, dass wir unter Aufbietung aller unserer Kräfte einen zweiten, äußeren Ring errichten, damit es dem Heer ihrer Verbündeten unmöglich sei, zu ihnen vorzustoßen. Ich schreibe dir dies, meine Liebste, um deine Sorgen zu zerstreuen. Der Feind kann zehnmal so viele Männer aufbieten wie wir, und dennoch werden wir ihn besiegen. Denn nicht mit Zahlen gewinnt man Kriege, sondern mit Visionen. Meine Vision ist es, zu dir zurückzukehren. Und ich meine damit nicht nur heimzukehren, ich meine damit im Triumph in Rom einzuziehen, so wie ich es dir versprochen hatte. Wenn meine Männer müde sind, kann ich sie nicht immer ruhen lassen. Wenn sie hungrig sind, kann ich sie nicht immer satt machen. Verlieren sie jedoch die Vision, kann ich meine mit ihnen teilen. Und je mehr ich davon teile, desto stärker wird sie. Es wird 30 Tage dauern, bis die Verbündeten Stämme eintreffen. Wie groß sind unsere Vorräte? Für 27 Tage Getreide. Wir werden es auf 35 Tage strecken und teilen es in Rationen auf. Lass alles Getreide in die Speicher schaffen. Wer mehr als das zugeteilte Maß ist, wird mit dem Tode bestraft. Wenn die Krieger der anderen Stämme eintreffen, um mit uns zu kämpfen, sind wir Gallier den Römern 5 zu 1 überlegen. Wenn wir siegen, können wir die Herrschaft der Römer in Gallien für immer beenden. Und wenn wir verlieren, sind wir ihre Sklaven. Am Abend ergeben wir uns erschöpft der Ruhe. Nach dem harten Tagwerk erzählen wir uns Geschichten über Rom und unsere Familien. Oder essen einfach schweigend. Die Männer arbeiten schwer, meine liebe Gemahlin, aber es gibt Schlimmeres. Arbeit beschäftigt zumindest den Geist. Das Warten ist das Schlimmste. Das Warten ist das Schwerste am Krieg. Die meisten meiner Männer würden lieber den Schlachtruf willkommen heißen, als die schreckliche Stille ertragen. Sie würden lieber einem Feind entgegentreten, den man sehen kann, egal wie groß, statt den Feind in ihrem Kopf zu bekämpfen, der gleichwohl tötet. Der wahre Feind ist beinahe Trost. Diese Männer sind wie wir. Sie sind tapfer wie wir. Und sie sterben wie wir. Die Stämme müssten längst hier sein. Falls sie nicht kommen, müssen wir ohne sie kämpfen. Wir haben nicht genug Männer. Ich sage, wir ergeben uns. Und werden römische Sklaven? Wenn wir sterben. Sterben auch unsere Götter. Wenn wir wenigstens leben. In Sklaverei? Als Sklave oder frei. Wenn wir leben, können wir noch den Dienst an den Göttern verrichten. Wir sollten sie für unsere Kinder am Leben erhalten. Du denkst, unsere Götter wollen von uns erhalten werden, um von Sklaven verehrt zu werden? Wir haben nichts mehr, wovon wir uns ernähren können. Ich sage, wir tun das, was unsere Ahnen taten. Wir ernähren uns von den Alten und den Gebrechlichen und bleiben dadurch am Leben. Wir werden nicht unsere eigenen Leute essen. Es sind noch genug Vorräte für einige Tage da. Aber sie reichen nur für die Männer. Es gibt einen Weg, wie wir die Römer in Bedrängnis bringen können. Sie schwächen können. Ich sage, wir überlassen ihnen unsere Frauen und Kinder. Wir werden schon in wenigen Tagen hungern müssen. Wenn unsere Frauen und Kinder ihre Sklaven werden, müssen die Römer sie versorgen und ihre Speicher werden sie schneller leeren. Wir müssen uns von unseren Familien verabschieden. Und das müssen wir noch heute. Was auch geschieht, wir werden die Tore hinter ihnen für immer schließen. Unser Überleben hängt davon ab. Das wird unser aller Opfer sein an die Götter. Gleich geht es weiter mit Julius Cäsar. Wir zeigen den zweiten Teil gleich hier in Dreisert. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.